Viele nachdenkliche Gespräche prägten die Atmosphäre im Pfarrheim von Buxheim. Eingeladen hatte der Ortsverband der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Es ging um das Thema Sterbehilfe. Noch in diesem Jahr soll ja der Deutsche Bundestag über eine Änderung der Gesetzgebung zu diesem Thema abstimmen. Die etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser KAB-Veranstaltung konnten sich bei ausgewiesenen Experten über dieses schwierige Thema informieren. Dr. Michael Ried ist Oberarzt an der Palliativstation im Klinikum Ingolstadt und praktiziert als Facharzt für Anästhesiologie. Ziel einer Palliativstation ist es, Menschen mit einer fortgeschrittenen unheilbaren Krankheit Linderung der Symptome zu verschaffen, sodass die verbleibende Lebenszeit mit einer möglichst hohen Lebensqualität verbracht werden kann. Das Thema Sterbehilfe in dem Metieren kommt ganz, ganz selten vor. Immer wieder stellen Patienten bei der Aufnahme die Frage, Mensch Herr Doktor, was meinen Sie, das ist doch kein Leben mehr. Könnte man da nicht irgendwas machen, um das zu beenden? Wenn man sich da hinsetzt, einfach zuhört und die Leute mal reden lässt, dann kommt man ganz oft zu dem Schluss, dass der Satz, ich will nicht mehr leben, meistens heißt, ich will so nicht mehr leben. Also unter den Umständen, mit den Beschwerden, einsam, ohne eine gute Versorgung zu Hause. Und ganz oft gelingt es einem dann, einfach auch, weil man in diesem Team von viel Zeit her versucht, dem Patienten gerecht zu werden, dass man dann oft doch die Beschwerden, wegen denen die Leute zu uns kommen, relativ gut lindern kann. Und ganz oft auch drin, dieser Wunsch sterben zu wollen, dann ganz automatisch in den Hintergrund. Prof. Dr. Stefan Müller ist seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingonstadt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den aktuellen Fragen der Bioethik und der Suizidforschung. Verzweifelt ist aber eine Situation, wo diese Alternativen nicht mehr wahrgenommen werden können und von daher die Freiheit eigentlich verloren geht. Das ist genau das Urteil der Suizidforscher, die sagen, dass die allergrößte Zahl der Suizide nicht aus Freiheit geschieht, sondern Ergebnis sind einer verzweifelten Entwicklung, die gar nicht mehr von dem Betreffenden selber in Freiheit gesteuert wird. Tanja Schorat-Dremel ist Abgeordnete der CSU für den Stimmkreis Eichstätt im Bayerischen Landtag, Kreisrätin im Landkreis Eichstätt und stellvertretende Landrätin. Die ausgebildete Grundschullehrerin war zuvor Rektorin an der Grundschule in Walting. Sie betont in ihrem Statement, dass Politiker auf die Zuarbeit der entsprechenden Fachstellen angewiesen sind, etwa dem Ethikrat. Für sie ist wichtig, Der Schutz des Lebens muss vorrangig über jeglichem Nützlichkeitsdenken haben. Und jede Form der organisierten und geschäftsmäßigen Suizidhilfe ist zu unterbinden. Und deswegen wird auch ein strafrechtliches Verbot entsprechender Aktivitäten von gewerbsmäßigen Sterbehilfenorganisationen Das ist überfällig angesehen. Carmen Pickel koordiniert den Hospiz- und Palliativdienst des Malteserordens im Bistum Eichstätt. Etwa 2000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer begleiten in 80 ambulanten Diensten und sieben Kinderhospizdiensten Kranke und deren Angehörige. Besonders erfreut war sie über den guten Besuch der Veranstaltung, denn das ist beim Tabuthema Tod und Sterben nicht immer so. Es ist schön, dass sich heute so viele eingefunden haben, denn ich muss sagen, das haben wir nicht immer bei dem Thema. Und ich verstehe es auch, die eigene Endlichkeit, die macht Angst. Und das ist das, was uns einfach ganz oft begegnet. Und ich bin jetzt nur relativ jung und habe circa elf Jahre in der Pflege gearbeitet und mir ging es eigentlich genauso. Als junge Schwester in der Nachtschicht, allein und ein sterbender Mensch. Das Fazit der Beteiligten fiel nach der Veranstaltung ziemlich eindeutig aus. Ich habe heute Abend wichtig empfunden, dass wir uns eigentlich alle auf dem Podium einig waren, dass die Diskussion um die Sterbehilfe wichtig ist, weil sie die Beschäftigung mit den letzten Dingen in die Öffentlichkeit, ins Rampenlicht und in die Köpfe der Menschen bringt. Ich glaube, es ist wichtig, in unserer Gesellschaft Voraussetzungen zu schaffen, dass die Notwendigkeit für Menschen, sich selber das Leben nehmen zu wollen, möglichst gering ist. Wir brauchen ein Klima, in dem auch Schwache, Kranke und Sterbende sich gut betreut fühlen. Aber wir müssen uns natürlich auch kümmern um Menschen, die bewusst die Möglichkeit des Suizids suchen, dass wir ihnen Antworten geben können, ihre Anliegen ernst nehmen und nicht die Sterbehilfe den Lokführern überlassen. Ich würde sagen, das war ein interessanter Abend, der noch eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen hat. Vor allen Dingen ist bei der Diskussion und bei den verschiedenen Beiträgen deutlich geworden, dass in unserer Gesellschaft ein bestimmtes Defizit besteht, nämlich das Defizit der Auseinandersetzung mit der Schattenseite des menschlichen Daseins im Sinne der Endlichkeit, der Zerbrechlichkeit und des Todes, dieser Aspekt ist verdrängt. Und das wirkt sich natürlich dann auch aus auf den Umgang mit diesem Thema, nicht nur auf den Umgang mit dem Thema, sondern auf den Umgang mit den betroffenen Menschen. Und hier wäre also die Frage, und das ist auch heute Abend deutlich geworden, ob nicht die Beschäftigung mit dem Tod und dem Sterben sozusagen eine heilende Gegenbewegung ist gegen eine Vereinnahmung durch materielle Interessen, Berufstätigkeit, die überfordert. Also hier eine heilende Gegenbewegung durch die Einbeziehung des Gegenpols vom Leben, nämlich des Sterbens. Und auch weiteres Fazit, dass diese Beschäftigung mit dem Sterben umso eher möglich ist, leichter möglich ist, wenn also eine Verankerung im Glauben gegeben ist. Glauben ist immer auch Leben lernen, aber auch sterben lernen. Vom heutigen Tag bleibt wir, dass wir nicht nur uns alle auf der Bühne einig waren, sondern dass das Thema Sterbehilfe, ich würde es lieber als Sterbebegleitung bezeichnen, ein ganz ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist. Deswegen widmet sich ja auch der Bundestag in einem Gesetzvorhaben dieser Aufgabe. Und ich meine, dass die christlichen Werte, unsere soziale Kompetenz, die wir haben im Miteinander, wichtige Faktoren sind. Wir werden hier beraten durch die Bioethikkommission, die heute auch ihren Bericht Hilfe zum Lebensende veröffentlicht hat. Und mit unserer Palliativversorgung, mit der SAPV, auch den Hospizvereinen, aber vor allen Dingen auch den ehrenamtlichen Helfern sind wir in der Region sehr gut aufgestaltet. Und nichtsdestotrotz ist es eine Aufgabe für jeden, für Sie, für mich, hier genauer auch am Ende des Lebens, sich Zeit für diese Phase zu nehmen. Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, dass so viele Menschen heute da waren, sich dem Thema gestellt haben. Es ist kein einfaches Thema, aber es ist ganz wichtig. Und deswegen finde ich auch überhaupt die Diskussion im Bundestag wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und ja, es wird noch viel zu wenig über das Thema Sterben, Tot und Trauer gesprochen. Und wir brauchen immer noch eine größere Lobby. Und wir brauchen 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 eine größere Lobby. Und wir brauchen eine größere Lobby. Vielen Dank.